Ich kann dir eine Sache über dich verraten. Du hast sehr wahrscheinlich Herr der Ringe geschaut. Es ist eine Erfahrung, die jeder schon gemacht hat oder zumindest machen sollte. Egal, ob man Peter Jacksons Trilogie zum ersten Mal mit sieben oder acht Jahren geschaut hat und sich in der Welt von Mittelerde verlieren konnte oder die Filme so wie ich erst etwas später erleben durfte, wir alle haben eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht. Wir mochten die Filme. Auf der anderen Seite ist da noch Rings of Power und da sieht es ein wenig anders aus. Diese Serie haben die meisten wohl eher nicht im Kindesalter geschaut, sondern 2022 auf Amazon Prime gestreamt. Die ganz Starken tun das aktuell nochmal und schauen sich die zweite Staffel an. Aber auch hier vereint so gut wie alle Zuschauer eine gemeinsame Erfahrung. Wir mögen die Serie nicht. Und das ist eigentlich ein ziemliches Paradoxon. Denn hey, Filme sind ja Geschmackssache. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass ein Großteil der Menschen einen Film besonders mag und einen anderen wiederum gar nicht. Ganz zu Ehren unseres Podcast-Namens wollen wir uns deshalb heute mal Herr der Ringe genauso wie Rings of Power ganz objektiv anschauen und versuchen dabei eben die Frage zu beantworten, wieso magst du da draußen Herr der Ringe, aber Rings of Power nicht. Viel Spaß. Okay, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, doch keine ganze Kritik zur Serie zu machen, weil sie einfach so viele Fehler hat und das viel zu lange dauern würde, um das in einem Video zusammenzufassen. Deshalb wollen wir uns heute viel lieber mal die Grundlagen des guten Erzählens anschauen und herausfinden, wieso diese Herr der Ringe so unglaublich gut machen und wieso durch sie Rings of Power zu einer Serie wird, die die große Mehrheit gar nicht mögen kann. Dafür starten wir mit zwei Basiselementen rein, die der Drehbuchautor und Filmwissenschaftler Sid Field vor vielen Jahren definiert hat. Laut ihm besteht ein Film essentiell aus zwei Dingen. Den Figuren und ihrer Interaktion. Klingt simpel, ist es aber tatsächlich gar nicht. Fangen wir mal beim ersten Teil an, nämlich den Figuren. Sie sind die Basis einer jeden Geschichte. Wenn es keinen Frodo gibt, der den Ring trägt, dann gibt es auch keinen Herrn der Ringe. Es reicht aber nicht, sich einfach eine Figur auszudenken und sie dann in eine Story zu werfen. Viele Autoren schreiben dutzende Essays, Briefe und Zusammenfassungen, bevor sie ihre eigentliche Figur überhaupt in der Story erwähnen. Das tun sie, da eine gute Figur menschlich sein muss. Dieser Random Typ auf der Leinwand, der gerade in seinen Tod rennt, soll ein Mensch sein. Wir als Zuschauer sollten denken, dass so eine Figur nicht ein paar Worte in einem Drehbuch sind, sondern Gefühle, Emotionen und Co. hat. Das ist die Grundlage einer jeden Geschichte. Denn Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Herr der Ringe und alle anderen großen und kleinen Filme, an die ihr denken könnt, basieren auf einem einzigen Gefühl. Empathie. Die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Zum Beispiel, oh, wenn mir so ein gesichtsloses Wesen auf gruseligem Pferd hinterher reiten würde, dann hätte ich Angst. Ergo, Frodo ist hier gerade in Gefahr, ergo, der Film ist gerade spannend. Je weniger Empathie wir für eine Figur empfinden, desto langweiliger wird die ganze Geschichte. Grüße gehen beispielsweise raus an Ray, die so menschlich ist wie eine umfallende Toastbrotscheibe und ihre Trilogie deshalb komplett langweilig macht. Die erste Grundlage, um einem Zuschauer überhaupt die Möglichkeit zu geben, einen Film oder eine Serie zu mögen, ist also, dass die Figuren menschlich sind und wir uns in sie hineinversetzen können. Wie sieht das denn jetzt bei Rings of Power und Lord of the Rings aus? Die wichtigsten Figuren sind natürlich die Protagonisten und sollten somit auch die organischsten und menschlichsten sein. Die menschlichsten Figuren aus Herr der Ringe sind tatsächlich nicht die Menschen selbst, sondern die Hobbits und hierfür ist ihre Einführung unglaublich wichtig. Herr der Ringe, die Gefährten, verbringt je nach Fassung in etwa 30 Minuten damit, uns nur das alltägliche Leben der Hobbits zu zeigen und uns vor Augen zu halten, dass die späteren Abenteurer, die gegen Monster, Orks und Co. kämpfen, keine einfachen Actionhelden sind, sondern Menschen. Naja, Hobbits, aber Menschen, ihr wisst, was ich meine. Sie haben eine Familie, einen Alltag, ein Zuhause. Das Auenland nimmt symbolisch eine riesige Rolle in der Trilogie ein. Es repräsentiert immer wieder alles Menschliche und Alltägliche der Hobbits, die während der gesamten Reise einfach nur wieder nach Hause wollen. Und dieser Wunsch legt zeitgleich auch all ihre Schwächen offen. Denn ja, wir wissen, dass Frodo mutig, Sam treu und Merry und Pippin waghalsig und lustig sind. Doch zugleich sehen wir auch all ihre Schwächen. Sie sind gemütlich, nicht gerade stark und ab und zu auch mal echt dumm. Sie sind eben wie echte Menschen. Bei Rings of Power sieht das ein wenig anders aus. Auch hier sind die wohl menschlichsten Figuren die Hobbits oder naja, die Haarfüße. Bei ihnen wird aber ein ziemlich dummer, doch trotzdem sehr interessanter Fehler gemacht, der gar nicht so leicht zu bemerken ist. Deshalb passt jetzt ganz genau auf. Wir haben eben gerade gesagt, dass der Herr der Ringe, die Gefährten, die ersten 30 Minuten seines Films damit verbringt, im Auenland irgendwelche Dinge zu machen, die für den Plot scheinbar nicht essentiell sind und uns eher die emotionale Grundlage für die Hobbits offenlegen sollen. Richtig? Falsch. Während wir im Auenland sind, lernen wir die Hobbits kennen und sehen, wie menschlich sie sind. Doch trotzdem legen wir zeitgleich den Grundstein für den Plot des gesamten Films. Wir sehen, was ein Zauberer und seine Fähigkeiten sind. Wir erfahren, wo der Ring gerade ist und was für eine Macht er hat. Wir bekommen sogar eine Vorführung des Rings und einen Gandalf, der mit Bilbo um den Ring streitet. All das fällt in die ersten 30 Minuten Auenland. Danach können wir unsere Protagonisten einfach losschicken und der Plot kann beginnen. Die Haarfüße machen nichts davon. Bei ihnen wollte man die symbolische Wirkung der Auenland-Passage kopieren. Auch sie sollten menschlich, nahbar und sympathisch wirken. Das Problem ist nur, das war's. Über eine Staffel sehen wir, wie die Haarfüße gemeinsam chillen und sich mit Nicht-Gandalf anfreunden. Das reicht nicht, um Spannung auszulösen, da auf der Plot-Ebene nichts passiert. Wir haben hier also menschliche Figuren, die aber nicht essentieller Teil des Plots sind und somit den Zuschauer nicht als Empathieträger fesseln können. Auf der anderen Seite haben wir dann Galadriel und die Elben. Und hier haben wir nochmal ein ganz anderes Problem. All der Plot, der den Haarfüßen genommen wurde, wird nämlich Galadriel und ihrem ach so tollen Pferd einfach aufgehalst. Von Galadriels Einführung bis zum Ende der ersten Staffel besteht jede ihrer Szenen nur aus Plot. Ihr Leben wird von Krieg, der Verfolgung von Sauron und den Problemen der Elben geprägt. Wenn wir das dann mal nicht sehen und ja, das passiert, es ist die Zeit für ruhige Szenen da. Doch statt uns dann eine menschlich machende, ruhige Szene zu geben, sagt uns Galadriel lieber, dass sie, ja, das da ist. Was meinst du? Einfallsreich, kühlt, wunderschön, unabhängig? Ja, machen wir das Girlboss-Thema nicht länger, als es sein muss. Statt Galadriel menschliche Gefühle und Schwächen zu geben, gibt man hier unendlich viele Stärken und eine Betonfresse. Dass das auch anders geht, zeigt uns der Herr der Ringe mit Aragorn. Auch er soll im Film als absolut starker und mächtiger Krieger präsentiert werden, doch geht er nicht durch die Welt, hausiert mit seiner Stärke und legt dafür jegliche Menschlichkeit ab. Er wird eingeführt als ein Verlierer. Aragorn war nicht mutig genug, sich seinem Schicksal als König von Gondor zu stellen. Hinzu kommt, dass er eindeutig verletzlich ist, wenn es um Arwen geht. Wir sehen also, dass Aragorn Gefühle hat und auch ganz klare Schwächen aufweist. Somit ist er eine menschliche Figur, mit der wir uns identifizieren können und für die wir ganz klar Empathie empfinden. Dass er trotzdem ein komplett krasser Krieger ist, einer der coolsten Figuren im ganzen Herrn der Ringe, das ist sowieso klar. Das sehen wir immer wieder in den großen und brachialen Szenen. Zu diesem Thema kann ich euch auch das Video von Cinema Therapy nur empfehlen. Hier wird besprochen, weshalb Aragorn das genaue Gegenteil eines toxischen Mannes ist und weshalb er so eine gute Botschaft mit sich trägt. Ich kann euch hier nur sagen, dass Galadriel so ziemlich ein toxischer Mann ist, nur als Frau und wir deshalb 0,0 mit ihr fühlen können und sie somit einfach eine unmenschliche Figur ist und die Serie runterzieht. Das große Problem bei den Figuren ist also, dass sie nicht menschlich sind. Und das gilt für so gut wie alle Figuren der ganzen Serie. Ich habe hier exemplarisch Galadriel herausgezogen, da sie mehr oder weniger die Protagonistin ist und die Haarfüße, weil es bei denen eben noch am besten funktioniert. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das bei den ganzen anderen Figuren aussieht, fast genauso und sogar teilweise noch schlimmer. Nicht-Gandalf zeigt zwar immer wieder Emotionen, doch wird er über lange Zeit wie ein Haustier behandelt, was eine Bindung nur schwer möglich macht. Aeron ist immer nur relevant, wenn er mit Galadriel spricht und bekommt außer seiner Freundschaft zu Durin keinerlei eigenen Charakter. Bei den Zwergen ist der Ansatz fast noch am besten. Wir sehen Durins privates, menschliches Leben und führen ihn dann in die Handlung und den Konflikt rund um das Mithril ein. Der Weg oder die Formel ist also zumindest richtig. Die Umsetzung, ja, vielleicht eher ein Thema für einen anderen Tag. Doch wie gesagt, wir können hier jetzt festhalten, ein Großteil der Menschen mag diese Serie nicht und das liegt unter anderem daran, dass die Grundlage oder eine der Grundlagen einer jeden Geschichte, die Menschlichkeit der Figuren, einfach nicht gegeben ist und wir somit nicht mit den Figuren mitfühlen können, keine Empathie empfinden können und die Serie so nur langweilig und belanglos wirken kann. Das ist es eben, was Herr der Ringe und Rings of Power im ersten Schritt so stark unterscheidet und das eine zum Meisterwerk und das andere zur Katastrophe macht. Doch wir haben ja noch den zweiten Punkt der Viertgleichung, nämlich die Interaktion der Figuren bzw. einfacher gesagt Beziehungen. Okay, ich erkläre es einfach mal ganz simpel. Charaktere bzw. Figuren sind zwar die Grundlage einer jeden Geschichte, doch tatsächliche Handlung kann erst durch Beziehungen bzw. Konflikte entstehen. Das einfachste Beispiel ist da wahrscheinlich folgendes. Frodo möchte den Ring zerstören und Sauron möchte ihn besitzen. Deshalb entsteht ein Konflikt und der Herr der Ringe ist geboren. Es sind aber nicht nur solche großen Konflikte, die einen Film ausmachen und so wichtig sind. Wenn ihr mal darauf achtet, werdet ihr merken, dass so gut wie jede Szene in einem Film einen Konflikt enthält. Zum Beispiel Gandalf möchte, dass Frodo die Reise antritt, aber Frodo hat Angst. Konflikt. Aragorn möchte bei Arwen bleiben, doch sie ist eine Elbin und er ein Mensch. Konflikt. Die Beziehungen der Figuren und der daraus resultierenden Konflikte bilden also erst die Grundlage einer jeden Handlung und machen einen Plot erst möglich. Ihr könnt euch aber wahrscheinlich jetzt schon denken, dass wir bei Rings of Power ein kleines Problem haben. Denn wir haben eben festgestellt, dass wir die Figuren, die nicht menschlich sind, einfach nicht interessant finden und für sie keine Empathie empfinden können, da sie eben nicht menschlich sind. Und ja, ihr könnt euch denken, wenn Figuren, für die wir uns nicht interessieren, Konflikte und Beziehungen haben, oh Überraschung, interessieren wir uns auch nicht für diese Konflikte und Beziehungen. Somit ist es also eigentlich vollkommen unmöglich, dass uns irgendeine Beziehung in dieser Serie tatsächlich emotional berührt. Denn, ey, wir kennen und mögen diese Figuren nicht. Warum sollten uns ihre Beziehungen interessieren? Aber okay, gehen wir hier mal von einem hypothetischen Fall aus, dass es irgendwie möglich wäre, diesen Fehler wieder gut zu machen und die Grundlage der menschlichen Figuren wieder herzustellen. Lasst uns also einfach mal einen Blick auf die Konflikte und Beziehungen in Rings of Power werfen. Der grundlegende Konflikt der gesamten Serie ist Sauron gegen Galadriel. Damit wurde die Serie beworben und vor allem in Staffel 1 geht es sehr stark um Heilbrand und Galadriel, die sich kennenlernen und ihre Beziehung entwickeln. Und diese Beziehung ist essentiell für die gesamte Serie. Auch in Staffel 1 fühlt sich Galadriel verraten aufgrund dieser Beziehung und möchte sich deshalb an Sauron rächen. Die Elben geben aufgrund dieser Beziehung Galadriel die Schuld an der aktuellen Situation und es wird diese Beziehung sein, die Beziehung zwischen Galadriel und Heilbrand, die ganz Mittelerde ins Dunkle stürzen wird. Auf der Plottebene ist diese Beziehung also bei maximaler Wichtigkeit. Das bedeutet, dass wir eigentlich auf emotionaler Ebene ebenso eine maximale Gewichtung bräuchten und wirklich emotional zu 100% invested in diese Beziehung sein müssten. Ein sehr guter Vergleich wäre da beispielsweise eine der wichtigsten Beziehungen im Herrn der Ringe. Frodo und Sam. Von der ersten Sekunde wird etabliert, wie nah sich Frodo und Sam stehen. Sie verlassen gemeinsam ihre Heimat, was sie verbindet und begeben sich auf eine Reise, bei der sie stetig zusammenbleiben. Als Frodo die Last des Ringes alleine tragen möchte, riskiert Sam sein Leben, nur um Frodo beizustehen. Mehr als einmal retten die beiden sich gegenseitig das Leben. Sie haben dramatische Action-Momente, in denen sie Seite an Seite kämpfen, aber auch ruhige Gespräche, in denen sie über ihr Leben und ihre Heimat philosophieren. Diese Beziehung wird mit maximaler Emotionalität aufgeladen, nur um dann Gollum einzuführen. Als er Zwietracht zwischen den beiden sät und letztendlich Frodo-Sam zurückweist, ist das, als wären wir selbst verraten worden. Wir hassen Gollum und leiden mit Sam. So ist das eben, wenn in einer organischen Beziehung eine menschliche Figur verletzt wird, leidet der menschliche Zuschauer eben einfach mit. Bei Galadriel und Heilbrand ist das anders. Nachdem wir ihr erstes Treffen in Staffel 2 erklärt bekommen, erkennen wir, dass es reiner Zufall war. Saurons Manipulation startet also ohne hinterlistigen Plan, sondern durch reines Glück. Aber das war es noch nicht. Es geht noch weiter. Galadriel öffnet sich in so gut wie keinem Moment wirklich gegenüber Heilbrand. Und wir haben lediglich sehr, sehr wenige Szenen, in denen die beiden auf einer tieferen Ebene miteinander sprechen. Und da Galadriel einfach vollkommen unverwundbar und unendlich stark ist, scheint es auch nicht so, als würde sie Heilbrand benötigen. Bei Heilbrand sieht es aber genauso aus. Er scheint auch nicht so, als hätte er irgendein Gefallen an Galadriel oder würde sie wirklich benötigen. Der einzige Grund, weshalb sich die Wege der beiden also nicht trennen, ist, ja, Überraschung, der Plot. Der Plot will es so, also passiert es auch so. Es geht aber noch weiter. Wir haben vorher bereits erkannt, dass Galadriel vollkommen unmenschlich und schlecht geschrieben ist. Bei Heilbrand ist es aber fast noch schlimmer. Sein gesamter Charakter basiert auf dem Name-Drop der letzten Folge der ersten Staffel. Er existiert acht Folgen lang nur als Mystery Box. Wir wissen, dass entweder er oder nicht Gandalf Sauron sein müssen. Spätestens nach Folge 3 wissen wir, dass Heilbrand Sauron sein muss. Doch die Serie möchte uns das nicht verraten. Deshalb kann Heilbrand dann auch nahezu gar nichts über sich selbst verraten. Jeder Satz muss möglichst geheimnisvoll sein. Er darf nicht zu nett wirken, weil wir sonst vielleicht vergessen, dass er Sauron ist, aber auch nicht zu böse, weil wir es sonst schon wissen. Am Ende ist er acht Folgen lang einfach neutral und alles endet in dem ach so großen Endreveal. Es ist eine Szene, die uns als grauenvoller Verrat präsentiert wird, aber uns eigentlich vollkommen kalt lässt. Wir wussten, dass es Sauron ist. Es entstand keinerlei Beziehung zwischen diesen beiden Figuren und obendrein sind diese beiden Figuren auch noch komplett unmenschlich und schlecht geschrieben. Natürlich muss uns diese Auflösungsszene also einfach egal sein. Durch diese Situation hat die größte und wichtigste Szene der gesamten ersten Staffel Rings of Power exakt 0,0 Gewicht und Emotionalität. Und eben das ist der Grund, weshalb ihr bei der Trennung von Sam und Frodo weinen müsst und bei der von Galadriel und Heilbrand Gannon. So ist das aber nicht nur beim Kernkonflikt der Serie, sondern auch die kleineren Konflikte der Serie funktionieren nur sehr, sehr selten. In Staffel 2 nimmt beispielsweise der Konflikt von Durin und seinem Vater eine sehr zentrale Rolle ein. Auch wenn der Konflikt an sich sehr interessant ist und isoliert sehr starke emotionale Szenen hat, übertragen die sich einfach nicht auf den Zuschauer. In Folge 6 erreicht dieser Konflikt nämlich seinen Höhepunkt und Durin hat einen emotionalen Ausbruch, weil er den Konflikt mit seinem Vater nicht mehr ertragen kann. Es ist eine an sich gute Szene, doch sie funktioniert nicht, weil der Konflikt keinerlei Aufbau hat. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass Durin und sein Vater sich eigentlich so nahe stehen. Problem ist nur, seit wir die beiden kennen, streiten sie. Von Anfang an war es das Mifril, dann wurde das Mifril-Problem gelöst und jetzt ist es der Ring. Die beiden streiten nur und Durin setzt sich hin und weint, weil sie ja eine ach so gute Beziehung haben. Das glaube ich ihm ja, aber ich muss es sehen, um es emotional zu fühlen. Und das ist der Grund, weshalb solche isoliert guten und emotionalen Szenen dann einfach nur lächerlich und cringe wirken, weil wir halt keinerlei Aufbau und Background zu dem Ganzen haben. Um zu sehen, wie man das eigentlich macht, müssen wir mal wieder gar nicht so weit schauen. Es gibt einen mehr oder weniger vergleichbaren Konflikt im Herrn der Ringe. Arwen und Elrond haben eine minimale Screentime für ihren Konflikt bekommen. Er spielt keine große Rolle im Herrn der Ringe, doch trotzdem funktioniert er deutlich besser. Wir sehen in ein bis zwei Szenen, wie sehr Elrond seine Tochter liebt. Eben deshalb entsteht dann auch der Konflikt. Er möchte, dass sie glücklich wird, aber auch, dass sie überlebt. Arwen versteht ihren Vater, doch liebt Aragorn. Es herrscht somit eine Verbindung zu einem uns wichtigen Charakter und auch Arwen nehmen wir zumindest ansatzweise als menschliche Figur wahr. Der Konfliktgegenstand, aber auch das, was auf dem Spiel steht, ist ganz klar definiert und deshalb fiebern wir mit und bei den Zwergen eben nicht. Ich könnte hier jetzt noch stundenlang alle Beziehungen aus dem Herrn der Ringe mit denen aus Rings of Power vergleichen. Doch am Ende würden wir nur zum gleichen Fazit kommen, deshalb habe ich mir hier mal wieder nur die wichtigsten rausgesucht. Einerseits Galadriel und Heilbrand, da das eben der Kernkonflikt der Serie ist. Und mal wieder das für mich am besten funktionierende Beispiel mit Durin und seinem Vater, obwohl das halt wie gesagt auch nicht funktioniert. Wir erkennen in jedem Fall, auch hier hat die Serie ihre Probleme. Damit kommen wir jetzt aber zurück an den Anfang des Videos. Wir hatten gesagt, dass die Essenz eines jeden Films aus Figuren und ihrer Interaktion besteht. Besonders gute Filme haben natürlich noch so viel mehr. Cinematografie, VFX, komplette Dialoge und so weiter. Doch die Grundlage, dass ein Film überhaupt passabel ist und ein Zuschauer die Möglichkeit hat, ihn zu mögen, sind eben diese beiden Aspekte. Bei Rings of Power funktioniert keine der beiden Grundlagen. Die Figuren sind nahezu gar nicht ausgearbeitet und wirken deshalb unorganisch und nicht menschlich. Aus diesem Grund sind doch ihre Interaktionen und Beziehungen eindimensional und schlecht und darüber hinaus isoliert auch noch schlecht geschrieben. Selbstverständlich kann man diese Serie trotzdem mögen. Ich weiß genau, dass es da draußen einige von euch gibt, die die Serie mögen. Und ja, auch ich hatte während Staffel 1 noch meinen Spaß damit. Doch in diesem Video und mit diesen Grundlagen geht es darum, dass eine Serie einer breiten Masse gefällt. Denn so muss man Serien schreiben. Man kann nicht darauf abzielen, ein paar Leuten zu gefallen, weil, ey, ich find Zwerge cool und die kommen hier drin vor. Nein, es geht darum, gutes Handwerk an den Tag zu legen und somit eine gute Geschichte zu bauen, die allen, die sie schauen, möglichst gut gefällt. Und das schafft man eben nicht, wenn man diese Grundlagen ignoriert. Das hat dann auch nichts mit Subjektivität oder Geschmack zu tun. Nein, das ist einfaches Handwerk. Jeder von uns ist ein Mensch und braucht menschliche Figuren, um Empathie zu empfinden und somit Spannung zu fühlen. Und das macht Rings of Power einfach unmöglich. Das alles war aber natürlich nur die Grundlage des Problems von Rings of Power. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Lore, die problematischen Dialoge und viel, viel mehr hören wollt, dann habe ich euch unsere Recaps zu jeder einzelnen Folge Rings of Power in der Beschreibung verlinkt. Schreibt mir aber jetzt auch unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von Rings of Power haltet. Und noch viel wichtiger, wer euer Lieblingscharakter der Serie ist. Habt ihr irgendeine Figur in dieser Serie, bei der ihr sagt, ey, der ist ganz cool, den mag ich, der ist vielleicht auch menschlich geschrieben? Ich weiß es nicht. Es kann auch von mir aus sein, ey, ich mag Elben, deswegen ist Elrond cool. Haut das unbedingt mal raus. Bei mir persönlich ist es sehr wahrscheinlich Durin, weil ich finde der Schauspieler Schauspieler hat noch am besten. Und ja, die Ansätze und Beziehungen sind bei den Zwergen wahrscheinlich noch am besten. Wenn ihr auch die zukünftigen Videos zu Herr der Ringe, Marvel, Dune, Star Wars und Co. nicht verpassen wollt, dann lasst hier unbedingt ein Abo da und supportet mich unbedingt auf den letzten Schritten zu den 10.000 Abonnenten. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst hier gerne noch ein Like da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.